Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finmax. Ich handel 60 Sekunden, das war ein Minuten mein Start-Trade. Das trägt 2000 Euro. Als nächstes suche ich meinen passenden Trade nach meinen Einstiegskriterien im Metatrader 5. Ich hoffe, dass ich um diese Zeit noch einen guten Trade finde. Ok? Ja. Ok. Ok? Ok? Ok. Ok. Ok? Ok? Vielen Dank. Euro, Strahl, Dollar. Hier steige ich ein. Und noch mal. Ich steige noch ein drittes Mal ein. Und ein viertes Mal. Aktuell sind alle vier Trades im Gewinn. Du kannst dich noch bis 31.12. für mein neues Privat-Einzelcoaching 10k pro Monat bewerben. Ich vergebe insgesamt noch 18 Plätze. 32 Plätze sind schon weg von den 50. Also warte nicht mehr so lange. Jetzt fällt der Kurs nochmal. Aber noch sind alle vier Trades im Gewinn. Vor allem der letzte Trade ist wichtig. Perfekt. Alle Trades gewonnen. Bis zum nächsten Mal. Adios.